Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars feinen Podcast Episode 243. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich habe in der letzten Episode ein paar Fehlerchen gemacht. Ja, das möchte ich kurz an der Stelle korrigieren. Zum einen habe ich die Begrüßung komplett verkackt. Ich habe den falschen Satz gesagt. Das lag einfach daran, dass es halb vier war und ich, wie gesagt, fast eingeschlafen bin. Dann habe ich in der ganzen Folge Stefan at Angboa 3D konsequent Steffen genannt. Ist mir ein paar Mal aufgefallen. Ich habe es ein paar Mal korrigiert. Ganz häufig nicht. Das tut mir sehr leid. Ich kann das auch nur auf die akute Übermüdung schieben. Und fast das Wichtigste von allem. Ich habe komplett vergessen bei meiner Erzählung über das Deichpod, wie großartig Pablo mir geholfen hat bei der Lösung meiner PC-Frage, meines Problems, dass ich diese SSD nicht angesprochen bekam und dass ich sie nicht konfigurieren konnte. Der hat da mit einer ganz großen Geduld und einfach sehr, sehr großartig mir geholfen und das, ach was heißt geholfen, er hat das alles alleine gemacht. Ich war meistens noch nicht mal da, weil ich irgendwelche Deichpod-Sachen zu regeln hatte. Und Pablo hat das einfach erledigt und hat mir das abgenommen. Und das war sehr, sehr großartig. Das hätte ich letztes Mal erwähnen wollen und habe es einfach nicht getan. Aber es gab auch Sachen, die funktioniert haben. Zum Beispiel unsere Anwesenheit beim Pottnuffeln. Sven Menke hatte eingeladen zu einer kleinen Gartenparty. Und das hat sich organisatorisch alles immer so ein bisschen, war das so ein bisschen im Fluss. Es hieß erst, dass es eine relativ kleine Veranstaltung wird mit ungefähr vier bis sechs Leuten und ein paar Hühnern, die frittiert werden. Und dann wurden es irgendwie mehr Leute und weniger Hühner. Und es gab Sachen vom Grill und das war ganz, ganz lecker und sehr großartig. Hat eine Menge Spaß gemacht. Und es war einfach ein komplett runder Abend. Das muss man einfach sagen. Es war wirklich schön, bei denen im Garten zu sitzen und mit ein paar Leuten zu quatschen. Sven natürlich. Dann der andere Sven. Evil Dan Wallace war da. Und Branko mit seiner Freundin, Frau, Lebensgefährtin, keine Ahnung. Die war da. Und Demon, ähm, at Dimension bei Twitter, ähm, den kannte ich noch nicht. Äh, und der war, war wirklich sehr, sehr witzig. Und wie sich herausstellte, wohnte der im gleichen Hotel wie wir, im selben sogar. Ähm, wir hatten also dann, äh, relativ schnell eine Fahrgemeinschaft, ähm, zumindest abends. Obwohl ich, also ich muss sagen, mir fehlen dann so ein paar Details von dem Abend. Äh, weil, ähm, Evil Sven Wallace und, und ich, äh, wir haben dann doch so ein paar Likörchen probiert, um mal ganz sicher zu sein, dass die nicht schlecht werden. Und die Luft war auch sehr trocken. Ähm, also wir mussten da sehr genau, ähm, hingucken und, ähm, das nochmal sehr genau überprüfen, ob das alles völlig in Ordnung geht. Und entsprechend war ich dann am nächsten Morgen noch ein bisschen sehkrank. Ähm, das einzig Beruhigende an der ganzen Geschichte war am Ende, dass es Sven genauso ging. Ich hatte schon so ein bisschen die Sorge, ich sei vielleicht aus der Übung. Aber er sagte auch, dass er noch so ein bisschen Schlagseite hat. Und, äh, das fand ich dann doch, ähm, ein bisschen beruhigend, würde ich mal sagen. Ja, war ein klasse Abend, äh, und wir hatten ein schönes Hotel. Hotel, das heißt, ähm, zur Lutherschen Ecke, äh, da ganz in der Nähe, ähm, das ist in der, also, ja, in Bad Oeynhausen und Sven wohnt da ganz in der Nähe. Ähm, wir waren, ich war ganz überrascht, wie unfassbar freundlich die am Telefon waren, als wir das Zimmer reserviert hatten. Die haben sich regelrecht gefreut, äh, dass wir angerufen haben. Und entsprechend überrascht war ich dann auch, wie reserviert die beim Empfang waren. Also, wir hatten irgendwie Check-in-Zeit um 15 Uhr. Ich hatte gefragt, ob das eventuell möglich ist, dass wir ein bisschen früher kommen, weil wir halt einfach nicht wussten, wie wir durchkommen würden. Und, äh, ich sagte, ja, gar kein Problem. Am Ende waren wir dann um Viertel nach drei da, ähm, erst nach dem zweiten Mal Klingeln kam dann jemand. Und die war so, ja, ach, also, ich glaube, die war auch, wäre auch ganz zufrieden gewesen, wenn wir nicht da gewesen wären. Ja, also, weiß ich auch nicht. Also, es wirkte alles so ein bisschen genervt. Und am Ende, als wir dann alles erledigt hatten und bezahlt hatten und so weiter, fragte sie, ja, und ist jetzt noch was? Und ich sagte, ja, Schlüssel wäre ganz gut. Und wo ist denn unser Zimmer? Und dann atmete sie so, also, in dem ganzen Gespräch hat sie mehrfach so hörbar ausgeatmet, so, und ich weiß nicht, ob ich was falsch gemacht habe oder ob die einfach einen schlechten Tag hatte, keine Ahnung. Aber ist auch unerheblich, denn wir hatten mit denen eigentlich nichts weiter zu tun. Ähm, Zimmer war richtig nett, äh, tatsächlich dann im ersten Stock, da war auch gleich, äh, ebenerdig eine, eine weitere Tür, ähm, die übrigens auch sehr, äh, also eine deutliche Überbreite hat. Also, man kommt da auch gut mit dem Rollstuhl rein. Und unser Zimmer war dann wiederum sehr Standard. Und das Bett war super, super bequem. Wir hatten sogar eine richtig schicke Aussicht auf, auf das Tal, ähm, heißt auch Berghotel zur Lutherschen Ecke, um ganz genau zu sein. Und am Ende haben wir, äh, 70 Euro bezahlt für zwei Erwachsene, den Hund, inklusive Frühstück. Das haben wir dann aber doch am Ende, ähm, nicht genutzt. Ja, naja. Ach Gott, ich hab ganz vergessen, Kai Du und Vicky waren ja auch da. Ja, wie gesagt, also, war, war ganz großartig. Wir haben einfach mal das, das Punkt der Essen sein gelassen. Und, ähm, ja, ähm, einen, einen tollen Abend gehabt mit, wie gesagt, gesoffen, wie nichts Gutes, lecker gegrillt, gewaffelt, geeist, alles, das volle Programm. Und, äh, wie gesagt, rotzbesoffen gewesen. Das war wirklich, wirklich gut. Hatte ich in der Form auch schon länger nicht mehr. Ja, und dann, ähm, sind wir relativ früh los, weil wir, äh, Demon versprochen hatten, ihn zum Bahnhof zu fahren. Und, äh, sein Zug fuhr irgendwie um kurz nach 10, also, ähm, sind wir da nach einem Brötchen am nächsten Morgen schon wieder los. Und ich hab dann im Auto erstmal noch ein bisschen Schlaf nachgeholt, bis ich dann wieder einigermaßen fahren konnte. Ja, das war, war auch bitter nötig. Und, ja, jederzeit gerne wieder, also 5 Sterne Knickknack. Arbeitsmäßig war die Woche bestimmt von einer Menge Frühdienst. Ähm, am Montag war ich regulär früh im Büro. Ähm, das war, äh, sowieso, das ist ja, also Montag ist eigentlich immer mein, mein Frühdiensttag. Und es war klar, dass ich dann aus dem Frühdienst heraus nach Brunsbüttel fahren würde, denn vor dem Werk von Yara, das ist ein Hersteller für, für Vorprodukte, die man für die Düngemittelproduktion braucht, ähm, da hatten sich, äh, Klimaaktivisten angemeldet zu einer Demo. Die haben schon seit ein paar Tagen irgendwie in St. Margareten im Nachbarort gezeltet und haben da so ein so richtiges Camp aufgebaut, ähm, relativ, äh, gut organisiert auch, was ich auf den Bildern gesehen habe. Und, äh, sind dann am Montag, äh, wollten sie also in einem Demo-Zug losziehen zu dem Werk und da die Zufahrten blockieren und den Produktionsbetrieb stören. Weil sie sagen, ähm, einerseits braucht das Werk selber relativ, oder stößt das Werk selber relativ viel CO2 aus bei der Produktion der Dinge, die sie so tun. Ähm, und andererseits, äh, seien eben die, ähm, ja, die, die Produkte, die daraus entstehen, nämlich Stickstoffdünger, ähm, die seien sehr schlecht für, äh, die Umwelt und b, für die kleinbäuerliche Landwirtschaft, würden also nur der industrialisierten Landwirtschaft helfen. Und das sei alles, äh, zu verurteilen, ähm, weil es auch den globalen Süden ausnutzt und so weiter und so fort. So ganz genau habe ich die Forderung nicht immer verstanden, ähm, die waren da ein bisschen, äh, ich will nicht sagen indifferent, das ist, also das wäre, wäre falsch. Nee, aber es war, äh, ja, es blieb manchmal so ein kleines bisschen schwammig, was sie, was sie da erzählt haben. Ähm, naja, und dann war also, äh, hatten wir uns darauf vorbereitet, dass, äh, das ein bisschen größer sein könnte. Wir hatten es erst relativ klein eingeschätzt und dann kriegten wir eine Pressemitteilung von der Polizei, die sagt, ja, wir werden wohl mit 500 Beamten da sein. Also das könnte größer werden und, äh, entsprechend haben wir uns dann auch aufgestellt und es war dann am Montag aber relativ ereignislos, ähm, die sind halt von ihrem Camp zu dem Werk gegangen, über eine extra für sie abgesperrte Straße, sind bis zur Polizeisperre gegangen, haben sich da hingesetzt und haben dann gelesen, gekniffelt, getanzt. Frisbee gespielt, was auch immer, äh, Hauptsache Blockade und so richtig Aktionen gab es da nicht. Es gab also keinerlei Komplikationen, keinerlei Reiberei, das ist was Gutes, aber, ähm, das ist natürlich für uns, äh, um darüber zu berichten, ähm, dann immer so ein bisschen, so ein bisschen schwierig, weil die Redaktion dann sagt, na gut, wenn, wenn da nichts passiert, wenn es, wenn es nicht knallt, äh, dann ist es eigentlich auch kein Thema, was ich persönlich ein bisschen schade finde, ähm, aber, also aus mehreren Gründen, zum einen, weil dann eben die ganze, ähm, Aktion ziemlich verpufft, ähm, dann grundsätzlich, äh, kann man, glaube ich, durchaus auch sagen, dass die, äh, zumindest in Teilen gar keinen so schlechten Punkt haben an der Stelle und das ist dann halt einfach schade für die, dass es nicht hinhaut, ähm, oder dass es nicht den gewünschten Effekt erzielt, dass sie eben auch Aufmerksamkeit für das Thema bekommen, äh, und für mich ist es natürlich dann auch insofern ein bisschen schade, als ich halt weniger, äh, damit verdient habe, denn ich werde ja einzeln bezahlt für die Sachen, die ich, äh, im Programm beisteuere. Naja, und dann, ähm, war also es so, dass über Tag von dort, also aus, aus der Redaktion, ähm, ein Anruf kam, ob ich noch zum anderen Thema was machen könnte, denn, äh, ich bin auch so ein bisschen der, der Verbraucherschutzbeauftragte, also für die, für die Service-Themen zuständig, was heißt zuständig, ich werde da als erster gefragt, das ist so eine Absprache in der Redaktion, ähm, dass ich mich da so ein bisschen mit drum kümmere, ähm, und wie es immer ist, es kommen ja immer irgendwie zwei Sachen auf einmal, die Recherche erfordern, und in diesem Fall war es dann halt, äh, die, die Pleite von Thomas Cook, äh, und die Frage danach, was heißt das jetzt für die Passagiere, und ob ich da also noch, äh, was machen könnte für den Tag, habe ich abgelehnt, äh, und dann hieß es aber, wir brauchen dich dann auf jeden Fall morgen früh, ähm, wo ich gesagt habe, ja, das kriege ich auf jeden Fall hin, und hab dann gesagt, wenn Sie morgen früh um kurz nach sieben ein Kollegengespräch, also sprich diese Situation erklären soll, dann muss ja nicht auch noch jemand bei uns im regulären Frühdienst sitzen. Also hab ich dem Kollegen angeboten, dass ich dann seinen Dienst übernehmen kann, es ist, ja, da muss er nicht früher aufstehen, das ist ganz gut, ähm, und so, äh, saß ich dann also nächsten Tag war schon wieder sehr früh da, und dann passierte auf einmal, ähm, doch einiges in Brunsbüttel, das also, weiß ich, sie hatten da nachts irgendwie eine Aktion gemacht, da waren Leute auf dem Gelände und haben sich irgendwo festgekettet, die wurden dann morgens erst noch freigeschnitten, äh, und dann gab's noch irgendwie so einen spontanen Demo-Zug zu einem anderen Tor, wo sie, ähm, die Demo gar nicht angemeldet hatten, und da war die Polizei dann nicht ganz so einverstanden, da gab's so ein bisschen Katz und Maus, ist alles normales Demo-Geschehen, war auch völlig, äh, also ist keiner verletzt worden, es wurde keiner verhaftet, abgesehen halt die, die auf dem Gelände waren, klar, äh, die wurden zumindest aufs Revier gebracht und erkennungsdienstlich behandelt, naja, aber das war dann halt wieder der Punkt, wo es hieß, okay, wir brauchen da Reporter, ist unser Volontär schon mal losgefahren, ich bin dann, hab dann mein Kram noch fertig gemacht und bin um elf hinterher, um da eben für, also ich war um kurz nach elf da, und hab dann für, für mittags berichtet, oder, was, nee, für, für eins hab ich den ersten Bericht gemacht, und dann noch ein bisschen was fürs Fernsehen, und da waren's halt schon wieder ein Tag mit zwölf Stunden, naja, also, ja, es war eine Menge los, und es war viel zu tun, und es war irgendwie auch mal wieder ganz spannend, draußen zu sein, auch wenn sich das am Ende dann doch nicht so dargestellt hat, wie wir's erwartet hatten, aber wie das, das ist immer so, das ist wie, wenn man, äh, rausgeht und hat einen Regenschirm dabei, dann, äh, dann, äh, kommt auch kein Regen, aber wehe, wenn wir, wenn wir nicht da stehen und warten, dass was passiert, ähm, dann passiert nämlich tatsächlich was, ja, ansonsten, ähm, kann ich für diese Woche vermelden, wir haben, äh, diverse, ich hab diverse Podcasts wieder rausgebracht, den High Alarm Podcast wollte ich, äh, kurz erwähnt haben, die aktuelle Folge ist da, gerade heute am Samstag, nee, Quatsch, gestern Abend noch, na, wie auch immer, auf jeden Fall, recht kürzlich ist der, der neue Camping Caravan Podcast erschienen, da haben wir, ähm, uns mit Silke unterhalten, die, äh, mit dem Zelt, äh, in Großbritannien war, auf den britischen Inseln, beziehungsweise, da muss man ja sogar noch mehr differenzieren, Großbritannien ist die große Insel, da war sie auch mit dem Zelt, und dann ist sie darüber hinaus aber auch noch nach Jersey und Guernsey gefahren, das sind ja Kanalinseln, und die gehören technisch gar nicht zu den britischen Inseln, äh, sondern noch nicht mal zur, zum UK, genau, denn das UK sind Irland, also Nordirland und, äh, und Großbritannien zusammen, aber genau, da gehören sie auch nicht dazu, und sie gehören auch nicht mal so richtig, also sie sind direkt der Krone unterstellt irgendwie, das ist alles sehr, sehr kompliziert, Silke kann das viel schlauer erklären, äh, das ist alles in der, in der Folge drin, und wir haben vor kurzem auch wieder, schon ein bisschen länger her, aber, äh, seitdem gab es keine neue Folge von mir, äh, äh, What's in your pants rausgebracht, die ist also auch im Gang und so weiter, ja, und das ist es dann podcastmäßig für diese Woche auch wieder von mir, Ich bin der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte, und bis das passiert, oder bis die nächste Folge erscheint, je nachdem was früher eintritt, wünsche ich euch eine fantastische Woche, Tschüss, bis bald.